Pace, let's play. Ihr habt tapfer gekämpft. Doch nun müsst ihr feststellen, dass ihr niemals gewinnen könnt. Professor, es ist der Tag gekommen. Die Russen, sie greifen Berlin an. Wir können jetzt ihnen helfen. Auf den Weg! Sie wissen, dass sie der Untergang weit sind. Die Frage ist nur, wo sie untergehen werden. Mitglieder der Weißen Rose, ich weiß nicht, wenn ich nach dieser Schlacht, der entscheidenden Schlacht, wiedersehen werde. Doch kämpft für Ruhm und Ehre gegen die NSDAP. Und haltet Stand, nehmt so viele mit, wie ihr haben könnt. Es herrscht Krieg. Guten Tag, Clayton. Aaaaaah!